Ja, eine wunderschöne, tolle Frau mit einem tollen Schirm. Darf ich dich fragen, wie der heißt? Corinna Rosa Falkenberg. Und der Schirm, der war schon mit mir auf dem Burning Man Festival. Oh, also was heißt das? Der Schirm ist wichtig für dich? Ein Accessory? Der ist schon viel gereist. Ja, er kommt jedes Mal mit und steckt bei mir mit dem Gepäck. Schön, du siehst ganz toll aus. Warum bist du hier? Bist du jedes Mal da? Und was hast du zuerst mitgebracht? Ich habe lange Zeit in Paris gewohnt und habe da die ersten Festivals dieser Art miterlebt. Und ich finde das so wahnsinnig toll, weil wir Menschen, wir müssen feiern. Wir gehören zusammen und wir gehören raus. Und das ist was, was ich so wahnsinnig toll an diesem Abend finde. Und ich bin sehr dankbar, dass das jemand in die Hand genommen hat und hier organisiert hat. Was ich mitgebracht habe, eher ein bisschen sporadisch, ja? Burrata, Tomaten, Champagner und eine Melone zum Nachtisch. Klingt aber lecker. Ist da noch was übrig? Komm vorbei. Für dich immer, jederzeit. Ich bin Lara Sanders und du heißt nochmal? Corinna Rosa Falkenberg. Corinna Rosa Falkenberg. Gibt es etwas, was wir über dich wissen dürfen? Weil wir natürlich jetzt immer über das Essen reden. Gibt es etwas, was du uns erzählen willst über dich selber? Ich glaube, was das Wichtigste ist, ist diese Grundeinstellung zum Leben. Also ich bin wahnsinnig gerne verliebt ins Leben. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen dieses Prinzip leben. Für mich persönlich ist es eine Bereicherung. Nicht nur Liebe an einen Menschen, an einen Ort, an ein Event, sondern in dieses Leben. Dann kann man auch diese ganzen verdammten Tiefs so ein bisschen einfacher mit es nicht nehmen. Das klingt sehr einfach. Ich mache das ja auch. Ich bin auch eine von der Sorte. Aber natürlich muss man das auch immer wieder zugeben. Es geht rauf und runter im Leben. Und heute geht es ganz rauf. Genau, absolut. Schönen Abend wünsche ich euch. Schönen Abend, guten Appetit. Und du siehst toll aus. Und ich hoffe, wir sehen dich wieder. Herzlichen Dank. Danke dir. So lieb. Ich muss dich doch umarmen. Verliebt ins Leben und eine Umarmung. Eine tolle Frau. Wirklich danke. Danke. Danke.